MIGI Star Platten Herzlich willkommen bei MIGI On Tour, heute in der Genussakademie in Frankfurt im Westend. Und, ganz wichtig natürlich mit unseren beiden Freunden, die wir dabei haben heute Abend, den MIGI Star Platten. Und drei Gangmenü wird es heute Abend, wird straffes Programm, aber das schaffen die schon. Viel Spaß! Wir haben heute Abend als Vorspeise einen Lachs-Satan auf asiatischem Gurkensalat, Ingwer. Dann haben wir das Filet vom Loupe de Mer vom Wolfsbarsch mit gebratenem Pfännchen. Als Dessert gibt es ein Vanillepuffy mit karamellisierten Äpfeln und Mandelcrumble. FANTASTIC! Musik So, der Abend neigt sich jetzt langsam an den Ende zu. Wir haben drei Gänge geschickt, wunderbar, mit unseren Michi-Platten, oder bei vielmehr mit unseren zwei Michi-Platten. Erfolgreicher Abend, hat Spaß gemacht, coole Leute, coole Location, immer wieder geil. Bis zum nächsten Mal, Leute.